Es geht also zum Pferdsprung und der Sprung, der war wirklich gut, technisch. Es geht also zum Pferd. Sehr gut. Ich glaube, ich war auch die Einzige, die ein Yamashita mit ganzer Drehung dort zeigte. Und bombig gestanden. Ja, ich wusste, das war ein Kampfrichter. Es war damals sogar so, dass die bundesdeutsche Kampfrichterin, dass er vorher später mir 10 Punkte gegeben hat. Das war natürlich der Entgert an die 9,9.